Hallo! Ich freue mich wieder, meiner Heimat in der Einöde, in Winklern, im schönen Treffnertal wieder zu Hause bin. Politik hat mir eigentlich nie viel bedeutet. Ich habe mich mit denen nie auseinandergesetzt. Für mich waren immer die Menschen, die dahinter sind, wichtig. Weil es für mich einfach wichtiger ist, dass man Menschen so wahrnimmt, wie sie sind. Nicht das Bla-Bla, sondern man muss einfach wissen, da kann ich rumgehen, da wäre ich angehört und da wäre ich wahrgenommen und da wäre ich geschätzt. Und das ist ganz, ganz wichtig bei einem Politiker. Dass er da ist, wenn man ihn braucht. Nicht nur vor den Wolken oder sonst irgendwas, sondern das ganze Jahr über. Wir sind zusammen in den Kindergarten gegangen. Ich habe ihm im Kindergarten immer gesagt, was getan wird. Ich bin oft zugeschaut beim Reden und er hat am Anfang immer sehr schnell geredet. Er hat immer so schnell gesagt, das wäre super. Er wollte alles so schnell ausabbringen. Dann habe ich aufgedacht, ja bist du Deppertätzer Typ, wenn sich die Leute das merken. Er hat sehr, sehr viel dazugelernt. Ja, weil man einfach sieht, dass es im Treffen funktioniert. Also dass er sich sehr einsetzt für alle. Dass er bemüht ist, sein Bestes zu geben mit allen zusammen. Freundlich, wertschätzend, kompetent, lustig für alles zu haben. Dass man einfach weiß, okay, auf den kann man sich verlosen. Tja, tja, tja.